Dieser Renault bietet jede Menge Platz für die ganze Familie. In diesem Auto finden Sie einen Benzinmotor und eine Automatik. Auf der Zubehörliste dieses Autos finden Sie unter anderem einen Regensensor und Servolenkung. Möchten Sie mehr über dieses Auto wissen? Dann kontaktieren Sie uns für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017